Haha, die Ehe versteckt doch nicht schneller. Genug. Keinen Schritt weiter. Oh oh. Stop. Es reicht zu. Ah, nein 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 nein. Ach, Shit. Zu spät gesehen. Aber wenigstens... Ohhhh! Okay, das wird kacke. Wow, die Madame ist wirklich sauer geworden, muss es sein. Sie haben es geschafft, gut gemacht. Ich bin froh, dass ich Pals schlag, aber das Risiko war wahnsinnig hoch. Keine Sorge wegen des Lärms, wir sind sicher. Ich kümmere mich nun schon seit vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort. Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Margo und Modell ausgewechselt. Klar. Ja, auf Barry. Ist doch gut, dass sie sich so gut darum gekümmert hat. Ja, wer findet das Balten, ne? Ach, ich soll's jetzt machen, okay. Nehmen Sie den. Dann muss ich mich nicht mehr um den Raum kümmern. Denn 6, 33 und 118 müssen bald ausgetauscht werden. Und ich will nicht die Leiter hochklettern, um sie auszutauschen. Denn es ist schon spät und ich bin müde. Und wenn Sie den nehmen, muss ich das nicht mehr tun. Ach, viel nett. Die Seite war autobiografisch, eine Kindheitserinnerung. Aber ich hatte sie nicht geschrieben. Thomas Zane hatte sie verfasst. Dabei sollten sie doch nicht mehr existieren. Alan, sieben Jahre alt, wehrte sich heftig gegen den Schlaf. Wenn er doch einschlief, wachte er schreiend auf, die Albträume noch frisch in Erinnerung. Eines Abends saß seine Mutter an seinem Bett und gab ihm einen alten Lichtschalter, den sie Klicker nannte. Er sollte ein magisches Licht einschalten können, das Monster verjagte. Um dem Talisman mehr Kraft zu verleihen, erzählte sie, dass sie ihn von Alens Vater hätte. Alan hatte ihn nicht gekannt und alles von ihm wurde in seiner Fantasie mystisch. Den Klicker fest umklammert, schlief Alan endlich wie ein Baby. Jetzt, fast 30 Jahre später, dachte Alan daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Meine Gedanken wirbelten. Ich hatte Alice den Klicker gegeben und doch war er hier. Zane hatte ihn herbeigeschrieben in einer von mir verfassten Geschichte. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Ich hoffe erstmal. Kommt also doch noch ein Kapitel. Na dann. Ende von Folge 5. Aber dann ist jetzt das Finale. Das spüre ich. Zane tat dasselbe in den 70ern. Einen Schritt weiter. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte. Niemand wird überleben. Sie kannten Zane. Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Er ließ etwas zurück, was mir hilft. Den Klicker. Alan dachte daran, als er am Cauldron Lake stand. Den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Abreise. Departure. Vor zwei Jahren. Ich hatte einen Kater. Mein Kopf war kurz vorm Explodieren und das Licht tat mir in den Augen weh. Ich brauchte meine Sonnenbrille und Schmerzmittel. In einem Moment der Selbsttäuschung schwur ich, mit dem Trinken aufzuhören. Ja, das schwört man sich immer, wenn man einen Hangover hatte, aber... Naja, richtig halten tut sich keiner dran. Die Sonnenbrille machte die Welt wieder erträglicher. Jetzt konnte ich die Augen öffnen, ohne mich wie ein Vampir in der Sonne zu fühlen. Ohne Schmerzmittel würde ich es vielleicht nicht rausschaffen. Ach, das ist ja der Schmerzmittel. Die Pillen wirkten schnell. Die Aussicht, wach zu sein, schien langsam etwas erträglicher. Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht für mich. Eine neue Nachricht. Schläfst du noch? Aufgewacht, Sonnenschein! Du solltest deine Show auf dem Rekorder haben. Falls Alice nicht zu sauer war, um sie aufzuzeichnen. Sie hat mich heute früh angerufen und zur Schwecke gemacht. Okay, wir haben es letzte Nacht wirklich etwas übertrieben. Aber diese Partys gehören eben zum Geschäft! Hör zu, ich sah dir das als froh. Sie tut deiner Karriere keinen Gefallen damit, wenn sie versucht, dein Leben zu bestimmen, okay? Bis später, Herr. Sieh dir die Show an! Ach, der gute Barry. Okay, da ist keine Manuskriptseite, hätte es sein können. Inzwischen wundert mich gar nichts mehr. Am Abend vorher war ich Gast in einer Talkshow gewesen und redete über mein neuestes Buch. Die Show sollte auf meinem Rekorder sein. Na dann. Ladies and gentlemen, willkommen zurück zu Every Devil Show! Danke sehr, vielen Dank! Wir haben heute Abend eine großartige Show. Ich spreche mit dem Bestseller-Autor Alan Wake über sein neues Buch, The Sudden Stop. Ja, liest sich gut, kaufen Sie! Hey, es liest sich wirklich gut, hören Sie! Ganz ehrlich! Ist das klug? Nein, aber ich tue es trotzdem. Ich habe hier Leute, die mir Inhaltsangaben für Bücher schreiben. Aber das hier habe ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Wow, danke! Das mag jetzt denen, die das Buch noch nicht gelesen haben, zu viel verraten. Also angesichts der Verkaufszahlen den zwei Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber dieses neueste Buch dreht sich nur um den Tod der Hauptfinger. Das knallharten New Yorker Detectives Alex Casey. Das hat für einige entrüstet. Wieso zum Teufel haben Sie Casey sterben? Was haben Sie sich dabei gedacht? Und tschüss! Nein, im Ernst, sieben Jahre und sechs Bücher sind eine lange Zeit. Mit einem so miesepetrigen Kerl die Arbeitszeit zu verbringen. Es hat Spaß gemacht, aber es wird Zeit für was Neues. Beim nächsten Buch widme ich mich ganz neuen Dingen. Sie selbstsüchtiger Mistkerl. Denken immer nur an sich selbst. Sie haben uns über die Jahre in der Tat gut unterhalten. Jetzt, da Sie es erwähnen, Casey war ein miesepetriger Kerl, hatte nie viel Glück in seinem Liebesleben, war das in irgendeiner Weise autobiografisch. Ja, tatsächlich, Cases Freundinnen starben ihm echt häufig weg. Bei Casey ging es immer nur um seinen Schmerz. Nein, da steckt nichts autobiografisches drin. Ich bin glücklich verheiratet, meine Frau ist meine Muse. Meinen Glückwunsch! Schön, das zu hören. Also, wie läuft Ihre Werbetour bislang so? Gut, toll! Aber ich bin auch froh, wieder zu Hause in New York zu sein. Sie waren in letzter Zeit tatsächlich oft gegangen. Jede Menge Partys und... Sie hatten sich mit einem Paparazzo gekündigt. Oh man, der Typ ging mir echt auf die Nerven. Ich bin ausgerastet. Ja, das war nicht cool. Sie sind berühmt für Ihr Temperament. Und ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Ihr neuerster Roman heißt The Sudden Stop und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Kaufen Sie es auf der Stelle, Sie beiden dort aus, die es nicht haben. Meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ich möchte allen heutigen Gästen danken. Alan Wake, Sam Lake... Schneiden Sie doch mal die Grimasse für uns, Sam, eh? Danke. Und für die Musik saugt ihr die Band Poets of the Four. Danke und gute Nacht. Wenigstens war ich lustig. Ich sagte mir, dass ich damit reden kann. War eine interessante Sendung. Ah! Okay, du Wuffel. Willst du eine Aspirin? Geht es jetzt um die Trinkerei? Weißt du was? Leg dich wieder hin, Alan. Was? Redest du nicht mehr mit mir? Heute Morgen war ich wütend, weil du gesagt hast, du kommst um Mitternacht und du bist morgens um sieben aufgekreuzt und mitten im Satz eingeschlafen. So, das war's. Bist du wütend? Diese verdammte Tour! Sie ist außer Kontrolle! Oh, Liebling. Sie ist fast um, oder? Dann wird alles wieder normal. Dann kannst du endlich wieder schreiben. Tut mir leid, Liebling. Alan. Du bist ganz durcheinander. Geh einfach duschen und wieder ins Bett, ja? Ja. Du hast recht. Tut mir leid. Wenn das vorbei ist, lass uns verreisen. Ein Urlaub. Nur du und ich an einem ruhigen Ort. Ja, wirklich ruhig ist ja Brightfalls letztendlich nicht geworden. Brightfalls heute. Irgendwie war der Klicker der Schlüssel zu der Hütte. Ich musste zum Cauldron Lake zurück und Alice retten. Ich gehe zurück zum See, um es zu beenden. Ich schreibe ein Ende für die Geschichte aus dem Manuskript. Und zwar nach meiner Vorstellung, um alles wieder gut zu machen. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht und das ging nicht gut. Okay, es kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Barry, nimm Ihre Waffe. Alan, ich heiße dich. Schließen Sie die Tür, wenn ich gehe. Ach, Barry. Viel Glück, Herr. Wir sehen uns später. Als ich rauskam, war es warm und sonnig. Ich hatte den Schalter des Clickers gedrückt. Hatte er das bewirkt? Ich hatte keine Zeit für Fragen. Ich musste das Sonnenlicht nutzen, um zum See zu kommen. Auf Zanes Seite stand ich am Rande des Corven Lake und war kurz davor, den Clicker zu benutzen. Dorthin war ich unterwegs. Da habe ich das Gefühl, dass es eine lange Fahrt wird. Allein im Tageslicht, umgeben von der Schönheit des pazifischen Nordwestens, fiel es mir schwer, noch ein letztes Mal die Zweifel runterzuschlucken. Ich konnte immer noch alles auf einen Traum schieben. Eine Wahnvorstellung. Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Die ganze Zeit allein in der Hütte, gefangen in einer Geschichte in meinem Kopf, von der Trauer über Alice tot in den Wahnsinn getrieben, so wie Hartmann behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. Ja, dann versuchen wir das nochmal. Tagsüber sind wir eigentlich sicher, also wir dürfen eine ruhige Fahrt werden. Gibt es hier noch irgendwas Feines? Wenn wir schon am Weg dorthin sind, sollten wir auch alles einsetzen, was wir haben, was wir finden können. Okay, da ist schonmal nichts. Ah, ein paar Batterien haben wir schonmal, ist doch auch nett. Also ich bezweifle mal, dass hier nach noch eine Folge kommt, also jetzt kommen wir jetzt wirklich zum Finale. Aber ne, Baumaschinen machen mir jetzt neuerdings Angst. Ich geh jetzt weiter. Ganz breit vor uns ist jetzt menschenleer. Falls ihr euch fragt, was ich hier mache, ich guck jetzt einfach mal, ob ich hier noch irgendwo was Nützliches finde, denn... Wenn man ja gesehen hat, bei Parkplätzen hat man ja auch... Aha! Nicht gerade das, was ich finden wollte, aber ist auch nicht schlecht. Ja, ne, ist klar... Och nö... Ich werde ihre Frau töten. Wie lange sind wir K.O. gewesen, dass es jetzt schon wieder Nacht ist? Ja, dann kannst du dich nochmal den Klicker verwenden. Hm. Können die gerne probieren. Aha, wir können fahren. Hm. 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 Hm.